Also das war... Moment. So, jetzt geht es weiter. Wir werden nämlich gleich mit den ersten Sachen anfangen, und zwar wie man ganz einfach T-Shirts aufbinden kann. Ich habe halt selber schon ein T-Shirt an, wo ich einfach nur die Ärmel auseinander geschnitten habe und dann zusammen gebunden habe. Ich habe extra mit Rot genäht. Ich weiß nicht, ob man es für sie... Wahrscheinlich ein bisschen zu klein, gell? Es ist einfach ganz einfach nur aufgeschnitten und zusammen gebunden. Und es ist einfach lustiger als normale Ärmel und schaut dann einfach ein bisschen was gleich. Was noch dazu kommt, das T-Shirt ist mir leider ein bisschen zu kurz geworden. Das kann ich jetzt da nicht ändern, aber ich habe einfach unten Franzen geschnitten, damit man das nicht ganz so sieht, dass der Rand zu kurz ist. Jetzt gibt es einfach keinen Rand mehr. Ein weiteres T-Shirt, das ich vorbereitet habe, wäre das, was ihr im Foto auch schon seht. Und zwar kann man einfach auf der Rückseite Schnitte machen. Und zwar habe ich einfach das T-Shirt so herum zusammengelegt. Und einfach wild, ohne jetzt großartig abzumessen, rein, also Schnitte gemacht, möglichst parallel. Zuerst einen großen und dann immer kleiner werden. So, vielleicht, ich gehe mal kurz raus, dann sieht man das vielleicht besser. So, also ich mache jetzt ungefähr 10 Schritte, äh, Schnitte, ich zeige es euch dann nochmal. Gut, seht ihr das? Gut, dann zieht man das am besten ein bisschen auseinander, damit man es leichter verwenden kann. So, damit man es auch besser bearbeiten kann. Und jetzt habe ich einfach nur eine Schlaufe mit dem obersten gemacht. Und das nächste, nächste Schnur durchgezogen. Dann habe ich eine neue Schlaufe, also wie Häking ein bisschen. Und die nächste Schlaufe durchgezogen. Und so machen wir das weiter bis unten hin. Ich habe es so leichter. Durchziehen. Bis ganz nach unten. Und um den letzten, das letzte, die letzte Schnur schneidet man einfach durch. Und knotet es fest. So, also es ist relativ einfach. Es ist so, prinzipiell ist es ja schnell so, dass man T-Shirts, dass die einfach fad sind. Oder dass man relativ schnell irgendwie den Gefallen verliert. Oder dass sie zu eng werden. Oder nicht wirklich gut passen. Und man kann einfach wirklich mit wenigen Mitteln die modisch, sage ich mal, ein bisschen auftrechnen. Genau. Und habe da eben die, man kann sie gut, also... So, ich werde nur wieder den Bildschirm prüfen. Teilen, damit man da weitergehen kann. So. Ich habe eben... Also man kann wirklich... Also man hat verschiedene Möglichkeiten, um T-Shirts aufzubinden. Man kann sie eben zerschneiden, die Ärmel zerschneiden. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe einfach ein Loch reingeschickt, das schaut dann auch nett aus. Und was man auch machen kann, man kann das T-Shirt einfach... Da habe ich einfach das... Oder zusammenbinden und man hat so eine kleine... Seht ihr das? Ich glaube, so sieht man es besser. Dann hat man so eine kleine Taillierung. Es geht auch gut, wenn T-Shirts zu weit sind, dann kann man sie bei der Taillier ein bisschen einnehmen. Aber was ich mit euch jetzt machen werde, und zwar... Seht ihr jetzt wieder den Bildschirm, gell? Ja, kannst du noch einmal zeigen die Ärmel? Es war eine Frage von der Eva, bitte. Ja, von dem schwarzen oder von dem T-Shirt? Von deinem T-Shirt, danke. Deinem T-Shirt. Okay, also ich habe... Ich hätte ja das nochmal lang, so... Ich habe hier einfach beim Ärmel ein Loch reingeschnitten, entlang der Naht. Sieht ihr das? Auf beiden Seiten. Und habe unten vom T-Shirt den Rand abgeschnitten. Und dann habe ich einfach das, was ich weggeschnitten habe, zusammengebunden mit der Schnur, die ich von unten weggeschnitten habe. Das ist mal da. Ja, ich habe es mit Rot genäht, aber es ist leider mit... Ich habe es unten einfach zusammengenäht, mit Rückspich. Alles klar, schreibt die Eva. Danke. Ja, ich werde nur noch kurz sagen, ich meine, es schaut auch immer cool aus eigentlich, wenn man einfach nur einfache Knöpfe annäht. Das bleibt das T-Shirt auf. Oder ab und zu sind schon manchen T-Shirts Paletten übrig. Ich habe auch schon ausprobiert, T-Shirts einfach zu färben. Aber muss ich gestehen, bis jetzt nicht wirklich gute Ergebnisse erzielt bekommen. Weil man kann also dunkle T-Shirts entfärben mit zum Beispiel Darnchlor. Aber das ist halt schon... Also ich mag mit Gleichmittel zum Beispiel nicht arbeiten, auch wenn es gut funktioniert. Und beim Darnchlor ist es bei mir so gewesen, dass es sich einfach ungleichmäßig entfärbt hat. Also ich finde halt prinzipiell, wenn man zerschneiden, also wenn man möglichst wenig Material braucht. Und wenn man einfach mit ein bisschen zerschneiden das schafft und aufbreiten kann, dann schafft man es eigentlich mit wenig Material. Und das finde ich immer ganz toll. Ich zeige euch noch, was mir nämlich besonders gut gefällt, was man aus einem T-Shirt machen kann. Man kann nämlich ein Turnsackerl nähen. Also das ist aus einer Jeans genäht. Aber ich zeige euch jetzt, wie man das ganz leicht knoten kann aus einem T-Shirt. Und zwar brauchte ich dafür ein T-Shirt oder ein Polo, das unten an dem Rand hat. Aber das haben eigentlich eh fast alle T-Shirts und Polos einfach so an dem Rand unten. Ihr braucht natürlich eine Schere und ihr braucht eine Schnur. Also ich habe zum Beispiel bei der blauen Tasche ein Schubbarnel genommen, ein relativ langes. oder ihr könnt auch selber eine Kordel machen. Soll ich kurz erklären, wie man kordelt? Vielleicht, was ist das? Ich habe eine Kordel. Ja, bitte. Ich nehme einfach irgendeine Wolle oder einen Garn oder ähnliches. Ich habe jetzt ein Ende bei mir an der Türschnalle festgemacht. Und ein Ende habe ich hier in der Hand. Und das spannt ihr und dreht ihr einfach immer in die gleiche Richtung. Bis es... Ich mache das jetzt noch schnell. Also ihr seht, es wird immer mehr aufgedreht und aufgezwirbelt. Und wenn es dann relativ gut aufgezwirbelt ist, könnt ihr es einfach zusammenlegen. Und zwar greife ich da immer in der Mitte von der Schnur und lege es so zusammen, damit ich keinen Knoten bekomme. Und ich zeige es nicht nur so. So. Und dann kann man es einfach auf den Knoten, auf das Wirbeln lassen. Und dann sieht es so aus. Und ich habe jetzt zwei schon vorbereitet. Für die Länge, wenn ihr so einen Rucksack machen wollt, wäre es gut, weil es ungefähr von der Schulter bis zu eurer Hüfte geht. Also doppelt hinten und vorne. Weil sonst einfach der Rucksack ziemlich eng ist. Also weil es sonst einfach zu eng ist. Ihr braucht auf jeden Fall dafür auch dann eine Sicherheitsnadel, um das dann durchfädeln zu können. Und eventuell Nadel und Faden, um das anzunähen. Man kann es aber auch anknoten. Es schaut ja nicht so schön aus. Und annähen halt vermutlich besser. Gut. Dann zeige ich euch schnell, wie man das machen kann. Und zwar, dazu die Bastelanleitung. Ich habe da jetzt ein altes Polo genommen. Von meinem Papa. Und habe da schon einen gezeigt. Also schneidet es mal oben die Ärmel und die er schneidet eigentlich gerade hier ab. Sieht man das? Also da habe ich so gerade also dass man gerade das hat. Und ein bisschen was brauche ich von den Ärmeln auch noch, damit ich es dann zusammenknoten kann. Aber ich schneide es einfach mal. Und zwar auf beiden Seiten Vorder- und Rückseite abschneiden. Die Ärmel wegschneiden. Jetzt habe ich hier ein schlampig geschnittenes Ende. Aber es ist eine Linie. Also es ist ein Ende. Und ich habe hier so Linien eingezeichnet für die Franzen. Das heißt, ich schneide hier entlang der Striche die Franzen auf beiden Seiten wieder. Also hinten und vorne vom Polo. Wenn man es besser also es ist ein bisschen schwer zu zeigen, weil ich muss es hinlegen, damit man es gut sieht. Und wichtig ist, wenn man es aufeinanderlegt bei den Kanten, dass man das macht, dann kann man beide gleichzeitig schneiden und muss nicht extra noch mal die Rückseite schneiden. Das geht dann ein bisschen schneller. Gut. Ich schneide es dann bis da drüben fertig. Und ihr habt es dann als nächstes nehmt ihr immer eine, nehmt ihr immer die beiden gegenüberliegenden Franzen und knotet sie zusammen. mit einem festen Doppelknoten. Und jetzt werden einfach Franzen für Franzen gegenüberliegenden zusammengeknotet. Also braucht man nicht nähen. Und ich werde das jetzt ein bisschen vorspulen. Ich habe das jetzt schon fertig geknotet. Also am Ende ist dann alles so zusammengeknotet. Vielleicht kurz, wenn ich um... So. Genau, vielleicht noch, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen. Ihr könnt es entweder so machen, dass man die Franzen sieht oder ihr sagt, das gefällt euch eigentlich nicht so gut. Weil hier, also hier sieht man die Franzen. dann könnt ihr einfach das T-Shirt umdrehen und auf der Innenseite knoten. Dann sieht man die Franzen nicht so. Man müsste halt die, die jetzt noch rausstehen, könnte man noch reinziehen, damit man es nicht sieht. Das erspare ich jetzt. Gut. Also wir haben das jetzt fertig geknotet. Der nächste Schritt ist, dass ihr euch das andere Ende vornehmt und da ist so ein Rand. Da schneide ich einfach ein Loch rein. Ich habe es eh vorgezeichnet. Einfach die Naht wegschneiden. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Jetzt haben wir hier eine Öffnung, wo wir dann die Kordel durchziehen können für unseren Rucksack. Das ist offen. Gut. Und das. Ich habe hier jetzt schon die Kordel auf eine Sicherheitsnadel raufgetan. Damit kann man das leichter durchziehen. Und zwar zeige ich euch das jetzt, wie das funktioniert. einfach ein Ende durchziehen. bis ganz zum anderen Ende. Mit einer größeren Sicherheitsnadel geht es leichter denn der Herzen. Oder man kann auch ein Stück Draht oder wenn es dick genug ist ein Stift und das anbinden. Also einfach irgendwas, womit ihr das leichter tut. Ich habe es gleich. Wichtig ist, dass euch das Ende nicht rein, also ich mache gerne auch sonst noch unten einen Knoten oder so, weil ich habe schon auch das dann doppelt gemacht, weil ich das Ende mit rein gezogen habe. oder ähnliches. Ihr könnt es auch mit einer Sicherheitsnadel schon außen am Stoff festmachen, damit du es nicht reinziehen können. So als Stück. Genau, also auf der einen Seite durchgefädelt und jetzt mache ich wieder ein bisschen ein Vorspulen. Ich habe also den blauen Faden auf der einen Seite durchgefädelt und dann mache ich das Ganze auf der anderen Seite geht der Faden zurück. Also bis zum Ende durchfädeln und dann kann das so wie hier bei dem blauen Faden dann einfach hier so ist der blaue durchgefädelt einfach zusammengezogen und dann habt ihr noch einen zweiten Faden also die zweite Kordel oder Schubbandel oder was auch immer für eine Schnur und da fädelt ihr das einfach gegengleich ein das rote gegengleich eingefädelt und dann kann man das einfach festziehen und am Ende die Bänder an der unteren Ecke festmachen ich hab's jetzt einfach da schnell verknotet mit den Franzen die ich noch übrig gehabt habe eleganter wäre natürlich wenn man vielleicht ein Loch hat und das auf der Innenseite annäht weil dann schaut's hübscher aus und wenn man näht und nicht einfach nur fest gut aber so einfach geht eigentlich eine t-shirt tasche oder polo tasche oder ja ich gehe weiter ich werde euch ich habe nur in Stichworten die Bastelanleitung aufgeschrieben aber ich das zur Verfügung oder die 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 wollen können die Bauer wollen dann haben es wird so sein dass wir sie wir zeichnen es eh auf das heißt man kann es dann auf unserer Webseite eh noch schauen aber wenn irgendjemand etwas haben will dann würde ich sagen schickt sie mir auch im Chat einfach nachher dann irgendwie wir hätten gern deine Anleitung oder so und du könntest die dann ja schicken oder oder ist das blöd ja ich kann auch schicken sicher super gut ich gehe nämlich jetzt weiter ich habe jetzt auch mir ein paar Sachen überlegt mit alten Handtüchern die werde ich euch jetzt aber nur schnell zeigen weil ich glaube wir sind von der Zeit her schon es ist jetzt halb elf kann man sagen ist also und zwar was jetzt was mir total darf wenn man wenn man Haare schneller trocknen will ist so ein Durban Tuch da habe ich einfach ein Handtuch zusammengelegt und aber ich drehe es um dann sieht man nicht besser wie ich genäht habe und das schnell und schlampig zusammengenäht einfach eingeändert mit einer Nähmaschine wäre es natürlich schöner aber ich habe das jetzt einfach nur ein Ende zusammengenäht also im Prinzip das Handtuch so zusammengelegt und hier runter geschnitten also so dass man quasi eine Spitze hat also eine schräge runter geschnitten und die Enden eingeändert und zusammen knet am oberen Ende habe ich einen alten Haargummi einknett und durchgefädelt auf die Innenseite und wenn man das Ganze umdreht hat mal einen Haargummi auf der anderen Seite und gegenüber also wo das so zusammen liegt habe ich einen Knopf angenäht und wenn man nackere Haare hat die Veronika möchte möglicherweise etwas sagen ja Veronika hast du eine Frage nein habe ich nicht ich habe mich nur verdrückt Entschuldigung man braucht nichts immer noch du müsst was wissen ja aber danke danke der Nachfrage also wenn man nackere Haare hat ist irgendwie ziemlich praktisch ich habe das schon ausprobiert dass man es aufsetzt man muss halt die Haare reintun und dann kann man es zusammendrehen und man braucht das nicht weil bei mir haltet das nie wenn man so einen Turban macht und dann kann man einfach festmachen cool ich habe gesehen das gerade ganz angesagt man kann das im internet kaufen aber man kann es wirklich selber aufmachen und ja eine einfache Strandtasche habe ich auch genäht aus einem Handtuch weil das praktisch ist wenn man den Stoff an einem Handtuch nimmt weil der relativ schnell trocknet ist auch ganz einfach ein Handtuch zusammen gelegt deswegen habe ich einen dickeren Fagen gefunden und ein eindeln nur für euch jetzt habe ich so grob genäht ich habe eine Frage nähst du das mit der Hand weil es mit der Nähmaschine nicht mehr funktioniert oder ich nähe es gerade mit der Hand weil man das sieht natürlich wäre mit der Nähmaschine aber ich habe auch gerade keine zu Hause also deshalb habe ich das mit der Hand genäht man kann natürlich mit allem nähen es ist halt auch wenn man vielleicht mit Jugendlichen oder mit Kindern macht ist vielleicht das spannend weil sie das oft gar nicht mehr so können wie man mit der Hand näht und das ist schon eine Herausforderung und weil man meistens nur eine Nähmaschine zur Verfügung hat und bei 15 Kindern oder so dann entsteht da ein Stau und deshalb lasse ich gerne mit der Hand nähen aber natürlich mit der Nähmaschine ist es besser und ist schöner und gerader aber deshalb fange ich mit der Hand mit ich habe dann noch einen Rand vom Handtuch abgeschnitten und als Henkel anknäht und dafür habe ich einfach so ein Viereck knäht einfach so im Viereck an einmal durch und ähnlich wie ein Knopf annähen da ist gut wenn man einen relativ breiten Stich macht und dann auch diagonal weil ein Viereck besser halt finde ich ja das war jetzt Ideen zu den Handtüchern also ich könnte noch als Druck sehr praktisch und coole Idee ist so als Feedback zurückgekommen im Chat und ich finde das voll super Idee ich muss das alles machen ich finde also ich habe es ehrlich gerade jetzt noch nicht so ausprobiert aber ich denke halt erstens also das mit alten Handtüchen schmeißt in die Wäsche und das ist wurscht und gerade so Badezeugs oder so in einem Handtuch drinnen ist praktisch weil es schneller trocknet als in dem Rucksack oder so das nasse Zeugs immer rein und so also deshalb finde ich es praktisch und es ist halt wirklich schnell genäht eigentlich gut genau ich habe mir gedacht man kann vielleicht gemeinsam das überlegen welche Workshops ihr zum Thema Upcycling in der Jugendarbeit oder mit Jugendlichen machen könntet und ich würde da jetzt einfach ein bisschen mitschreiben und nachher werde ich euch zeigen was wir schon mit Jugendlichen gemacht habe wenn ihr wollt vielleicht in den Chat schreiben oder ihr könnt es gerne in den Chat schreiben wenn sie Ideen habt was könnte man eigentlich an Workshops mit Jugendlichen oder für Jugendliche anbieten rein in den Chat oder macht euer Mikro auf und rat euch einfach zu sprechen wie ihr wollt es also du hättest jetzt gerne dass wir einfach brainstormen ob ihr denkt dass das gute Tipps sind die man in der Jugend umsetzen kann ob sich Jugendliche dafür begeistern lassen dass man Mode upcycelt ob man in die Richtung habe ich gedacht dass wir diskutieren ob ihr vielleicht schon Erfahrungen habt ob ihr schon was gemacht habt ob das gut ankommt ob ihr Upcycling Projekte schon gemacht habt Matthias Biber Meier fragt was ist denn so durchschnittliches Alter von den Jugendlichen bei solchen Workshops ich bei mir wir haben in unseren Jugendtreffs eher junge Jugendliche also wir haben ich würde jetzt mal sagen maximal 14 Jahre wir haben schon eher jüngere dabei wobei wir auch einen Jugendtreff in Hitzendorf haben da haben wir sehr viel mit also Ballettenprojekte und so gemacht zeige ich euch nach ein Foto und da waren auf jeden Fall also da waren ich sage mal 18 plus die Jugendlichen so in dem Alter also man muss halt vermutlich das einfach dann anpassen also wir haben je nachdem man kann nicht sagen dass es für alle jetzt das in das Projekt passt aber wir also gerade so für diese Holzprojekte oder Ballettenprojekte gibt es also gibt es schon ältere Jugendliche die sich dafür auch begeistern lassen die Eva sagt ich habe Erfahrungen damit Eva möchtest du weiter noch erzählen von deinen Erfahrungen du kannst ich schalte mein Mikro ein hörst du mich ja 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 hallo also ich finde die Lipson super ich muss unbedingt mit dem Handtuch ausprobieren ich bin Schulsozialarbeiterin und ich habe das schon einmal am Nachmittag mit einer Mädchengruppe angeboten ein zweimal gemacht und habe die Kinder gebeten dass sie alte T-Shirts und so mitnehmen ist mir leider nicht genungen bis auf ein Mädchen hat eigentlich keiner ein eigenes Leibrad mitgenommen was zum wegschmeißen gewesen wäre und ich habe im weiser Voraussicht schon einige mitgehabt und habe eine Bekannte von mir die Schneiderin die war auch dabei und da haben wir halt T-Shirts mit Knöpfen Paletten und was auch immer aufgepackt unsere Erfahrung war dahingehend dass die Kinder ganz viel Unterstützung braucht haben dabei also wir waren so zwischen 11 und 13 14 ganz viel Unterstützung braucht beim Nähen also als Tipp für alle anderen man bräuchte vielleicht mehr Leute oder nur kleine Gruppe wenn man ganz viel selber unterstützen muss beim Knopf annähen sei es bei ganz einfachen Dingen also dass man wirklich eine kleine Gruppe hat oder möglichst viele andere Personen noch die unterstützen weil nicht so viel Wissen meine Erfahrung jetzt auch da was das Nähen betrifft auch einfache Faden einfädeln oder solche Sachen die rausgekommen sind die waren wirklich sehr kreativ und toll und sie haben echt Freude gehabt damit sie haben sehr oft zuerst nichts vorstellen können was kann man da jetzt machen hast du Ideen also da muss man ein bisschen anleiten oder Ideen vorgeben oder schon was mithaben was irgendwie cool ausschaut was man schon präsentieren kann dann kann man es ein bisschen besser bereichbar machen ich habe die Erfahrung auch gemacht dass sie wirklich viel Hilfe brauchen gerade bei der Textilstation und so auch was Knoten angriff das ist nicht selbstverständlich dass alle Kinder an doppelten oder also auch ältere Kinder schon doppelte Knoten machen können und was halt auch ist deshalb habe ich da jetzt vor bin ich da habe ich das schon vorbereitet es dauert wirklich bis man so Knoten macht also es ist auch wirklich dauert schon einplanen muss man wirklich einplanen ja und Knopf annähen oder so ist halt auch irgendwie das muss muss man schon rechnen dass man fast jedem Kind das einzeln zeigt eigentlich ja es ist noch eine also ich wollte noch dazu sagen was eben die Bereitschaft angeht dass man Sachen von zu Hause mitbringt da habe ich im Jugendtreffs bessere Erfahrungen gemacht aber sonst in den Workshops die wir anbieten haben wir einfach einen riesen Sackerl voll mit alten T-Shirts im Bekannten Kreis zusammen gesammelt haben und die verwenden man aber es ist ein Tipp ist auch Caritas Laden da habe ich alle T-Shirts genau gibt es schon und ja wobei ich halt auch immer finde das sind halt auch T-Shirts die eigentlich noch schön und okay werden und ob man die wirklich irgendwie dann zerschneiden muss ja also ich aber natürlich das ist eine gute Alternative oder auch Verschenkeladen oder Verschenke Regale Verschenke also da gibt es ja in vielen Gemeinden gibt es Verschenke Regale zumindest Postmix Laden da kann man schon ein paar T-Shirts Alessa es ist auch noch im Chat gewesen also schreibt jemand ich finde die Tipps super und ich kann mir durchaus vorstellen dass Workshops gut ankommen unter dem Motto alt mach neu mich würde interessieren ob es insbesondere bei Mädels gut ankommt also was Bekleidung betrifft oder ob es da keine Unterschiede gibt also ich habe das vorher auch schon gedacht ist es eher mädchenlastig nähen oder sind Burschen da jetzt auch total bereit das zu machen ich würde das jetzt gar nicht so bestätigen also prinzipiell in den Jugendreps habe ich halt schon eher die Mädels dafür die sich interessieren aber gerade so bei den Schrott und Angie Workshops da habe ich die haben einfach oft super tolle eigene Ideen oder Knöpfe annähen und was zum Beispiel auch was alte Handtüche geht da hat einer jetzt sich ein T-Shirt selber knäht also einfach so ähnlich wie die Tasche oder dass er halt einen Ausschnitt macht weil das voll praktisch also der ist auf die praktische Schiene gegangen weil er gesagt es kommt dann der Sommer und wenn er schwimmen geht dann gleich sein Handtuch T-Shirt das anziehen kann und also das ist zum Beispiel eines von den die haben halt eigene Ideen und gerade die Turnsackerl oder so die kommen schon bei den Stichwort und ja also Handy Hüllen habe ich jetzt nichts vorbereitet aber was super einfach ist wenn man aus Fahrradschläuchen wenn man die einfach der Länge nach auf der Seite aufschneidet und zusammenlegt und da kannst einfach einen dicken Garn oder so nehmen und das relativ grob mit Rückstich zusammennähen auf beiden Seiten und ja und hast dann so eine Handy Hülle ich meine aus Socken dass man die als Handy Hülle verwendet das gibt auch noch aber ich kann mir auch vorstellen dass man das aus Handtüchern relativ gut machen kann wenn du das einfach ein nähst und also wichtig ist bei der Handy dass du immer ein Stück oben freilassst damit du es umstülpen kannst ja und dann entweder entweder bindest eine Schnur an zum zusammenbinden oder du machst wirklich mit einem alten Haargummi so wie es auch ein an eine schlaufe und kannst das auf den Knopf schlaufe zu machen aber mit Handy Hühlen habe ich noch nicht so viel selber gemacht weil entweder haben wir jüngere Kinder die kein Handy haben oder ja so selber gemachte Handy Hühlen war bis jetzt noch nicht so wichtig Robert schreibt Handy mit Frischhaltefolie einwickeln zum Schutz und damit Heißkleber eine Hülle darum gestalten habe ich mal gesehen habe ich auch gesehen bei diesen 5 minute Grafts aber glaubst du dass das Handy das wirklich gut aushaltet ich habe mir überlegt ich würde es nicht mit meinem aktuellen Handy machen vielleicht mit einem alten das schon hin ist und ausprobieren aber was ich mir vorstellen kann das Alternative die machen das am Handy oben aber wenn du zum Beispiel schon eine Hülle hast eine alte kaputte dass du einfach die Hülle opferst und die auf Peps zum Beispiel mit Heißleber oder man kann auch Ölkreide einschmelzen aber da stelle ich mir auch vor dass das immer arg werbt und so also ich muss auch ganz ehrlich sagen was diese 5 minute Grafts angeht die muss man wirklich alle vorher ausprobieren weil die sind funktionieren schon mir kommt vor echt einige nicht also ich habe ein bisschen was jetzt ausprobiert eben mit Pferden also da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht dass man mit Nagellackentferner zum Beispiel Zeitungsschrift auf ein T-Shirt drucken könnte oder also das funktioniert nicht wirklich gut sagen wir mal so es gibt es gibt es gibt wieder eine Frage und zwar von der Katja hast du schon mal Workshops gemacht wo man praktisch mit den Jugendlichen zusammen Dinge für ein Jugendzentrum gestaltet also für die Außenanlage zum Beispiel ja das würde ich euch nachher vorstellen und zwar haben wir also ich habe da einen Jugendtreff in Rohrbach das ist die Jugendtreff No Name und da sind wir ganz also die die stehen total auf Möbel selber machen und da haben wir eben eine Bar aus Paletten gebaut und einen Sitzbereich für draußen auch aus Euro-Paletten wir haben eine Terrasse aus Holzrestung gemacht im Hitze und wir haben aus Holzbänden von einem Sägewerk im Ort am Tischtennis selber gebaut also da ist halt das würde ich euch also ich würde euch ein Bild von der Bar selber zeigen habt ihr schon einmal so Paletten Möbel und so gemacht also im Prinzip weil ich habe mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht dass ich am Anfang nicht bedacht habe dass also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat ich weiß nicht bei uns ist es so dass wir eine recht motivierte Gemeinde haben die uns da die Paletten zur Verfügung gestellt hat und wenn man vielleicht ganz 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 nett fragt wer es eine Überlegung wird ob sie das vorher abschleifen können wenn man das selber abschleift Betreuer und Jugendliche einfach Hände voll mit Spelen und das ist also das ist erstens sehr schmerzhaft weil die ja relativ die sind ja beschichtet die Euroballetten und es spart auch viel Zeit ich schreibe das einmal auf das ist wir haben das einmal gemacht in einem Jugendzentrum aber es ist schon länger her und dann haben wir einen Jugendlichen gehabt der hat das ganze es war riesengroße Couchding haben wir gemacht er hat alles abgeschliffen der hat am Schluss von uns weil das wirklich so eine Wahnsinnsarbeit war er hat dann ein silbernes Schild haben ihn rauf montiert weil er weiß nicht wie viele Stunden er da dran gearbeitet hat und das war dann seine Ehrenplakette von dem ganzen Couchding weil er Stunden damit verbraucht hat also Abschleifen ist sicher ein super 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 Tipp und gerade in den Gemeinden ist oft kein Problem wenn man danach fragt also die sind auch eh sehr zuvorkommend und wenn sie es eh hinbringen oder so also das ist die haben auch dann die Gerätschaften was nicht funktioniert man kann es nicht beim Tischler abschleifen lassen weil ich habe da auch einen Bekannten der ist Tischler und hat mir gedacht ja wenn der das einfach durchjagt der hat ja die Maschine dafür dann wäre das okay aber die machen das nicht weil die können eine Staub-Explosion bei ihren Schleifanlagen haben weil da ja Nägel und so auftrennen sind also die machen nicht also es muss schon mit also es kann schon mit einem Gerät abgeschliffen werden aber muss von Hand abgeschliffen werden Alessa sonst hätte ich noch eine Frage oder willst du noch was zum Palettenmöbeln sagen ähm nein im Prinzip habe ich jetzt eh was spannend war also na es gab jetzt noch eine Frage und zwar vielleicht eine Idee gibt es auch Ideen zu Sorgenfresser und Antistressbällen ja also ich kenne von den von den Sorgenfresser und Antistressbällen eigentlich eh den Klassiker nur dass man mit kaputten Luftballons das macht dass man das mit Mehl und so weiter füllt oder mit Maisstärke oder mit Reis ich finde immer ein bisschen fragwürdiger an den ganzen Sachen ob es da eine Alternative gibt dass man nicht Lebensmittel reinfüllen muss zum Beispiel Sägespäne oder was wir jetzt so viel gehabt haben ist geschreddertes Papier also das was rausguckt ist was schon geschreddert ist ob man das als Filmmaterial vielleicht verwenden könnte die Eva schreibt sie machen also sie kennt das mit Antistressbälle mit Vogelsand ah okay das ist eine gute Idee finde ich auch Fragen mit Vogelsand schreibe ich ja gut ich zeige euch noch kurz was wir jetzt in den Jugendrechts noch gemacht haben oder gibt es noch Fragen ich schon was wir jetzt in den Jugendrechts gemacht haben oder also sonst kann jemand doch Fragen wenn jemand Fragen hat oder sonst gehe ich weiter ist jetzt eine Frage gekommen ja gibt es Ideen zu Fahrrädern Fahrräder im Sinne von Fahrräder selber herrichten oder mit Fahrradschläuchen arbeiten das weiß ich nicht Veronika wenn du das nochmal irgendwie definieren magst was du genau meinst mit Ideen zu Fahrrädern Fahrrad aufpimpen ok habe ich mir bis jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht einfach weil aber ist eigentlich eine gute Idee ich meine was ich auf jeden Fall weiß dass Beschriftungsfirmen die so Aufkleber für Autos und so weiter machen dass die so Klebefolien Reste haben die auch auf Autos picken und da kann man immer gratis Reste haben die sind sogar froh wenn man welche abholt weil die sonst die müssen so viel wegschmeißen und damit arbeiten wir ganz gerne das ist halt wirklich diese Folie die auch auf Autos heftet und damit könnte man sicher ein Rad auch einkleben also du kannst das schön bunt gestalten was wir was mir noch einfällt was wir als Kinder immer gemacht haben aber dass man Karton in die Speichen rein tut und wenn man dann schnell dreht dann klingt das so als würde man Mutter haben das das wollte jetzt ich liebe das also es macht voll Spaß du glaubst du hast ein Moped wenn du mit dem Rad fährst es steht auch noch eine kleine Idee Blumen über Dörpfe aus alten Gummistiefeln etc. von Natalie dann Kappel und Schuhe aufhübschen wäre vielleicht auch eine Idee Das ist eine super Idee also die kann man ja eigentlich auch mit Knöpfen und so weiter einfach annähen oder anmalen mit mit Stiften oder Logos woanders ausschneiden und aufnähen Das könnte man auch bei T-Shirts machen Genau das habe ich nicht mehr mitgeschrieben Fahrräder ich schreibe das mit der Klebefolie von Beschriftungstechniken von Beschriftungsfirmen Gut und Blumentöpfe aus Gummistiefeln das habe ich noch gar nicht ausprobiert Ich habe es jetzt mal aus Tetrabag gemacht weil was cool ist bei Tetrabag dass du außen die Folie abziehen kannst sondern hast du quasi Außenpapier das du anmalen kannst und innen die Beschichtung aus Alu Das sieht eigentlich auch ganz nett aus Gut Das ist unser Barprojekt das wir im Jugendzentrum gemacht haben noch voll in Arbeit vielleicht noch kurz also wir haben halt wirklich also wir haben ein Wochenende nur zum Schleifen braucht und das war also bei dem Projekt was ich noch dazu sagen kann ist dass es ein Projekt von Alt genug war das heißt es ist ein Projekt was sich ein Jugendlicher im Jugendzentrum ausgedacht hat und wir haben auch dann also das ist dann auch so entstanden aber es war dann wirklich wir sind dann dargestellt ja wir machen das an einem Wochenende das ist halt unser Bauprojekt und wir haben aber also ein ganzes Wochenende und dann fast noch ein ganzes Monat gebraucht also es schaut alles immer so einfach aus und dass man das schnell machen kann aber es dauert wirklich lang und sie haben wirklich brav mitgemacht und es waren auch wirklich viele Jugendliche immer beteiligt dran aber es hat schon einige also ein Monat sich ja ich weiß gar nicht ob es nicht vielleicht sogar zwei waren und auch so wie viel Lack man zum Beispiel braucht weil wir haben das das ist nur eine Lasur das ist das Foto ein bisschen schlecht erkennbar man sieht die Holztruktur noch durch und die kannst du ja auch mit Wasser verdünnen das heißt du brauchst nicht so viel aber wir haben trotzdem dann doch um zwei Kübel Farbe mehr gebraucht als wir gedacht haben und also solche Sachen kommen dann bei einem zu bei diesen Verlettenmöbeln also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt entweder sie gar nicht einzulassen aber dann sind sie halt irgendwie schnell auch schief oder eben vielleicht irgendwie von der Gemeinde die Farben gesponsert bekommen oder so das ist schon viel wert was wir in den Jugendtreffs immer machen also wir haben immer zu Weihnachten die Möglichkeit am Adventmarkt einen Stand zu betreuen und machen da halt immer also bereit basteln Sachen vor und können die dann dort verkaufen und das Geld was wir reinnehmen bekommt das Jugendtreff für Ausflüge für gemeinsames Kochen und so weiter da haben wir heuer im Winter eben solche Taschen knet und wir haben auch Wachstücher gemacht die gehen ja relativ einfach ich weiß nicht ob ihr das schon mal gemacht habt das ist halt diese Alternative die kannst du verwenden statt Alufolie oder Klarsichtsfolie du kannst deine Jauser und alles damit einwickeln und das geht wirklich relativ einfach du brauchst nur Baumwolle das ist wichtig also einen Baumwollstoff Rest und Bienenwachs also lebensmittelechtes Wachs also nicht einfach irgendein Kerzenwachs weil das sonst eventuell Stoffe abgeben könnte an dein Essen also wirklich es muss lebensmittelecht sein und wir haben am Anfang so da gibt es also gibt es beim Imker kannst du dir solche Wachsnips kaufen die du dann einfach aufstreust aber was man auch haben kann wenn man beim Imker direkt nachfragt ist das Deckelwachs weil das ist eigentlich also das wenn man Imker Honig macht und die Wabe drauf macht schneller da dieses Wachs oben weg und schmeißt es weg und das kann man eigentlich auch verwenden ja also diese Turnsäckerl haben wir eh schon besprochen wir haben auch früher öfters eine Kleidertauschbörse veranstaltet das kommt auch ganz gut an da kann man eben also eben zum T-Shirts tauschen und so weiter in Hitzendorf gibt es einen Verschenkeladen das war ziemlich lustig wie wir zum ersten Mal auch gemacht haben hat es geheißen die Jugendlichen dürfen mal durchschauen was sie so interessieren würde dann sind wir so richtig auf Schatzsuche gegangen und haben sich alles alles genommen was ihnen gefallen hat eigentlich aber haben trotzdem voll die Freude gehabt also es ist nicht so dass sie irgendwie nur gebunkert hätten aber das also wenn man gemeinsam solche Beschenkelläden besucht das ist oft auch man findet dann auch Sachen fürs Jugendtreff und genau das ist halt reingeschrieben also was man eben so zum Thema Nachhaltigkeit noch machen könnte im Tal besuchen wir regelmäßig den großen Flohmarkt und da ist auch immer so dass sie ein Budget von Geld kriegen das wir in der Kasse so übrig haben und Einrichtungen kaufen können für Jugendtreff und das letzte Mal war es so dass sie ich glaube ich glaube sie haben 50 Euro zur Verfügung gehabt und haben nur 15 Euro ausgegeben weil sie so hart verhandelt haben am Flohmarkt ja genau und die Palettenprojekte habe ich euch jetzt eh schon vorgestellt gut ich habe einige Links jetzt noch rausgeschrieben zu Bastelsachen eben Palettenmöbel T-Shirts recyceln und eben so ein Wachstuchanleitung wo du das machen kannst die habe ich euch da reingestellt und ja das war's von meiner Seite dann sage ich vielen Dank und stopp mal die Bildschimpfregage ja Alessa super danke sehr viele Ideen sehr viel Neues also ich glaube man kann sich schon was mitnehmen heute gibt es Fragen noch habt ihr Fragen an die Alessa wo ihr sagt das möchte ich jetzt noch wissen bevor wir diese Weiterbildung wieder beenden gibt es noch irgendwas oder ich möchte es unbedingt anbringen das wäre noch ganz 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 wichtig dann bitte jetzt ihr könnt es in den Chat schreiben oder ihr könnt es natürlich auch euer Mikro freischalten na warten wir noch ein bisschen also ich habe ganz viele Ideen wieder gekriegt wirklich es freut mich wirklich besonders die Handtuch Geschichte hat mir sehr sehr gefallen und ja sehr inspirierend danke wir sind gerade im Chat gekommen Alessa vielen Dank super danke dir ich glaube es war halt wirklich für uns die teilgenommen haben schon wirklich zum nachdenken was man eigentlich alles tolles machen kann und auch was auch schnell geht oder was auch nicht so schnell geht wie Paletten was du uns jetzt gezeigt hast solltet ihr bitte von der Alessa Sachen wollen also solltet ihr irgendwie die Links oder die Präsentation oder so weiter haben wollen dann bitte ich euch dieses extra wieder in den Chat zu schreiben aber manche haben es eh schon getan ansonsten diejenigen die dazugekommen sind und die es noch nicht wissen wenn ihr eine Teilnahmebestätigung braucht bitte euren Namen den vollständigen Namen plus E-Mail Adresse auch in den Chat rein könnt ihr die Links nochmal zeigen bitte Alessa kannst du die Links nochmal zeigen Moment kommen gleich vielleicht auch noch ich habe den Link von Schrott und Angie rein dann wenn ich kurz also wir kommen auch gerne in Jugendtreffs und Schulen und machen dort bieten dort unsere Workshops an also es gibt dreistündige Workshops eben zu den zu den Stationen die ich euch vorher aufgezeigt habe also wir bieten auch gerne Workshops für Jugendliche sehr cool herzlichen Dank für die Infos steht zum Beispiel im Chat Alessa ich kann jetzt auch nur sagen bei Logo wenn es ja auf www.logo.at gibt es gibt es auch eine Kreativitätsbroschüre das sind halt alle möglichen Sammlungen was gibt es alles aber das hat jetzt nicht nur es ist nicht nur mit Basteln oder nicht nur mit also mit aus Altmach Neues sondern alles was Kreativität betrifft ist in dieser Broschüre drinnen solltet ihr Interesse haben ist sie zum Download bereit also ihr braucht nur auf www.logo.at gehen wenn der Kamiliterhof wo Logo.at also wo wir sind wieder offen hat wenn man wieder rein darf wir wissen noch nicht wie und wann aber wir haben da drinnen auch einen Kostnix-Laden das wollte ich jetzt noch auch sagen also genau und ich liebe den auch muss ich sagen und als Überlegung ich habe mir das nur gedacht wie du geredet hast Alessa vielleicht warum kann in einem Jugendzentrum nicht auch ein kleines Regal sein das als Verschenke-Regal da wäre oder als so als Kostnix-Regal wenn man Sachen hat Jugendliche haben genauso Sachen die sie nicht mehr brauchen dass man das vielleicht auch integrieren könnte in die Jugendarbeit oder in die Schulsozialarbeit was ja immer es kann auch jede Schule eigentlich so einen Kostnix-Laden haben oder wenn es nur eine Box ist oder nur ein kleines Regal das muss ja nicht groß sein aber zum Überlegen in Hitzendorf gibt es einen Verschenke-Laden also da ist wirklich ein ganzer Raum und es kommt richtig gut an natürlich verbirgt das immer Arbeit machen wir nicht reden also man muss auch schauen man muss es entrümpeln zeitweise bei unserem Verschenke-Laden ist das so wir müssen aufräumen den Verschenke-Raden wir müssen schauen was ist da drinnen manchmal muss man Sachen entsorgen aber es macht eigentlich sehr viel Spaß am Anfang haben sie ja auch gesagt ja alle können alles bringen da muss man halt auch ein bisschen reduzieren oder so man kriegt immer man muss dann irgendwie so Regeln aufstellen damit das dann wirklich funktioniert gut aber das wäre schon wieder ein anderer Tag da könnte man sicher wieder auch ganz lange über solche Sachen reden wie gesagt danke Alessa für alles solltet ihr noch Fragen haben aber ich glaube es sind keine Fragen mehr in den Chat bekommen danke dass ihr dabei wart ich hoffe ihr habt Spaß gehabt und ihr seid ja heute vielleicht anfangs eure Handtücher zu verschneiden oder was auch immer wir werden sehen das nächste Mal beim Zoom-Talk wenn alle solche Urbahnen aufhaben das muss ich unbedingt machen aber es ist wirklich praktisch es ist cool wirklich am Montag haben wir den nächsten Zoom-Talk da geht es um Jugend Schutz Jugendarbeit und Recht wenn ihr dabei sein wollt wir freuen uns wieder ja wenn es nichts mehr gibt von eurer Seite dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und toller Vortrag sehr kreativ ja und liebe Claudia solltest du deine E-Mail-Adresse braucht man noch also du wolltest eine Teilnahmebestätigung hast aber nur Claudia geschrieben das wäre toll wenn du dir noch dazu schreibst sonst kann ich es leider nicht schicken gut also Dankeschön fürs dabei bleiben und sein und ich hoffe wir sehen uns nächste Woche wieder ich freue mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag habt das bein danke schönes Wochenende tschüss ciao tschüss Dagmar tschüss Hannes bis zum nächsten Mal genau tschüss 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 tschüss